Some of you might have heard already, some of you won't. From 1. Januar 2025, I will be Head of Global Soccer of Red Bull. And I'm really looking forward to that. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, moin liebe Stammis, da hören wir uns dann doch schneller wieder als gedacht. Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Stammplatz. Stammplatz, ich bin André Albers und sitze hier mit dem Chef, mit Matthias Brückelmann. Ich freue mich. Moin, moin, ich mich auch. Wir reden über Jürgen Klopp, denn als ich das heute Morgen gelesen habe, konnte ich es nicht glauben, der geht tatsächlich als Fußballchef in den Red Bull Kosmos. Richtig. Warum konntest du es nicht glauben? Na, ich habe einfach gedacht, der wartet jetzt ein bisschen, bis er Bundestrainer werden kann und macht es dann. Aber nee, also so lange Pause machen möchte er scheinbar doch nicht. Das ist ja eine interessante Parallele. Auch nach seinem Dortmund-Job hatten ja viele vermutet, das dauert jetzt mindestens ein Jahr ungefähr, bis er wieder irgendwas macht. Und dann war es so ungefähr drei, vier Monate, glaube ich, die es brauchte, bis er bei Liverpool angefangen hat. Und wenn man so zwischen den Zeilen gelesen hat, was er so in den letzten Monaten gesagt hat, dann ist es eigentlich gar nicht so überraschend, dass er wieder zurückkehrt, denn er hat im Prinzip Wort gehalten. Er hat gesagt, für ein Jahr kein anderes Land, kein anderer Klub und kein Trainerjob. Und genau das ist jetzt ja eine Rolle, die er da bei Red Bull übernimmt, die eben deutlich übergeordneter ist, die nicht diesen täglichen Ergebnisdruck und die Frage, wen lasse ich links in der Viererkette spielen, mit sich bringt. Und bin ich in der Tabelle zwei Punkte hinter City oder vor Real Madrid oder bei Bayern München und muss aufpassen, dass die anderen nicht hinterherkommen, sondern es ist eine ganz andere Rolle. Ein Job, den er noch nie hatte und der ihn auf eine andere Art und Weise fordert. Aber ich denke, das ist auch offensichtlich nicht so stressig im Alltag ist, wie das, was er, ja, ich glaube, am Ende waren es 23 Jahre, die er als Fußballtrainer an der Seitenlinie von links nach rechts getobt ist. Wir sprechen jetzt natürlich darüber, auch ob dieser Fußballtrainer Klopp nochmal zurückkommt. Das werden wir alles in dieser Folge behandeln. Vielleicht hören wir erstmal rein bei Yvonne Gabriel. Die ist ja bei RB Leipzig ganz dicht dran, hat da ganz gute Drähte. Und wir hören mal ihre Einschätzungen aus RB Sicht einmal an. Hallo André, ja, Ralf Rangnick hat einst das Credo geprägt, Best Man oder Woman for the Job. Heißt, RB Leipzig, wo Rangnick ja viele Jahre Trainer und Sportdirektor war und auch Gesellschafter Red Bull waren der festen Überzeugung, dass sportlicher Erfolg mit starken, kompetenten Leuten zusammenhängt. Und genau so jemand holt sich nun Red Bull wieder ins Boot. Jürgen Klopp, Deutschlands beliebtester Fußballtrainer, kehrt ins Fußballgeschäft zurück. Nach seiner Trainerauszeit am 1. Januar wird er Head of Global Soccer bei Red Bull. Ein Job, der zuletzt nicht besetzt war und den zuvor der neue Red Bull-Boss Oliver Minzlaff innehatte. Ja, genau, Minzlaff war es auch, der sich extrem um Klopp bemüht hat. Der wusste, er ist frei, er bringt ganz, ganz viel mit. Jeder will ihn jetzt irgendwo wieder für sich begeistern und er hat es geschafft. Und für den Konzern, aber auch für die ganzen Red Bull-Fußballstandorte in den verschiedensten Formen in Salzburg, Leipzig, New York, Brasilien, nun ja auch Japan und Leeds United ist der Transfer ein absoluter Volltreffer. Das wird sich aus meiner Sicht nicht nur in sportlichen Erfolgen niederschlagen, sondern auch vor allen Dingen von der Strahlkraft und das ist Red Bull extrem wichtig und man hatte zuletzt das Gefühl, dass es da doch Bedarf gibt. Die ganz großen Gesichter, ich habe es angesprochen, früher war es Ralf Rangnick, die sind weggebrochen. Man brauchte aber auch Aufmerksamkeit, man wollte große Namen und genau das dürfte dem Klub und Red Bull nun mit dem Klopp-Coup sicher sein. Matthias, wenn du mich fragen würdest, wer ist der größere Gewinner an diesem Deal, würde ich auch sagen Red Bull. Warum sagst du, Red Bull ist ein größerer Gewinner als Klopp? Weil ich glaube nicht, dass es eine bessere Personalie gibt, die du kriegen kannst und das ist schon ein Brett. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die Jürgen Klopp verpflichten können für Red Bull. Also Red Bull hat mit dieser Personalie einen Scoop gelandet, einen riesigen. Zum einen muss man auch sagen, inhaltlich. Wir alle wissen, wie gut Jürgen Klopp als Fußballversteher funktioniert. Das hat er Mainz, Dortmund und Liverpool eindrucksvoll bewiesen. Es zeigt auch, wie ernst Red Bull das Investment im Fußball meint. Man holt sich ja nicht Jürgen Klopp für drei Autogrammstunden, sondern was Yvonne Gabriel auch wie immer perfekt auf den Punkt gebracht hat. Man signalisiert damit in der ganzen Welt, wir meinen es ernst. Es lohnt sich, zu Vereinen zu kommen, bei denen wir investiert sind, weil wir wollen, dass die Besten dort spielen, die Besten dort arbeiten, um dann eben großen, großen Erfolg zu haben. Dass Jürgen Klopp heute in Fanforen teilweise auch ein sehr, ja ich sag mal, kontroverses Feedback bekommt, das war ihm ja klar. Muss. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das zeigt ja nur, warum lieben wir alle den Fußball so? Weil er emotional ist. Ja, und da ist alles erlaubt. Da darf man sich enttäuscht fühlen. Man darf sich aber auch für Klopp freuen. Man darf sich darüber ärgern, dass Red Bull das gelungen ist. Man kann auch stolz darauf sein, dass ein Deutscher so begehrt ist für einen Weltkonzern, dass man ihn unbedingt haben will. Also es wird heiß diskutiert und es passiert genau das, was bei großen Fußballthemen immer wieder die Stärke des Fußballs deutlich macht, nämlich Emotion. Und gleichzeitig finde ich es dann auch immer wichtig, einen Schritt zurück zu machen und es zu analysieren. Also wenn jetzt die Romantiker um die Ecke kommen und sagen, das kann Klopp doch nicht machen, dann finde ich, muss man sich auch einmal damit beschäftigen, dass er zuletzt bei einem Verein gearbeitet hat, der amerikanischen Investoren gehört. Das ist im Fußball ja mittlerweile fast überall so. Und die an Liverpool interessiert sind, weil sie damit Geld verdienen wollen. Dass er davor bei Borussia Dortmund bei einem Klub gearbeitet hat, der an der Börse notiert ist und der zum Beispiel kürzlich mit Rheinmetall ein Unternehmen reingeholt hat, das in der Rüstungsindustrie aktiv ist. Also dieses ganz extreme, wie kann Jürgen Klopp das tun? Weil bisher war er ja eher auf dem Bezirksligaplatz einer, der eine Kiste Bier mit den Jungs hinterher getrunken hat. Das finde ich jetzt wirklich naiv. Fußball ist ein Geschäft, das muss man nicht an jeder Stelle mögen. Aber Fußball ist auch in Dortmund ein Geschäft und ist auch in Liverpool ein Geschäft. Und insofern kann ich bei Jürgen Klopp es fast eher so, mein Kollege Kalli Underberg schreibt das ganz gut in einem Kommentar, es ist eher ein Zeichen von Konsequenz und Glaubwürdigkeit, dass er nach der Beziehung, die er zu Mainz, Liverpool und Dortmund hatte, jetzt nicht zu einem Verein wechselt. Sondern dass er sagt, das war eine bestimmte Phase in meinem Leben, das war die Vereinsphase, vermutlich, sogar für alle Zeiten. Jetzt habe ich Lust an einer Rolle, wo ich etwas strategischer, etwas beratender Einfluss nehmen kann. Und wer weiß, was dann nochmal kommt, werden wir sicherlich noch besprechen. Also wird er sein Leben lang diesen Red Bull Job machen? Ich vermute nicht. Ich vermute auch nicht. Es war ja bei Max Eberl damals so, dass der kritisiert wurde, weil er sich ja auch kritisch Leipzig gegenüber zum Beispiel geäußert hat. Das war bei Klopp ja schon ein bisschen anders auch von Anfang an. Genau. Darum kann man als Außenstehender sagen, irgendwie passt das nicht zu Klopp. Das Gefühl darf man ja haben. Habe ich übrigens auch ein bisschen. Genau. Und gleichzeitig ist es aber eben nicht so, dass hier einer seine Worte fressen muss. Ja, sondern Jürgen Klopp hat nie ausgeschlossen, mal bei Red Bull zu arbeiten. Der hat auch einen Vertrag mit Adidas. Das ist auch ein Weltkonzern. Die deutsche Sicht auf Red Bull finde ich teilweise schon ein bisschen deutsch, um es mal so zu formulieren. Letztendlich haben wir hier einen Konzern, der in Fußball investiert. Das macht Adidas, das macht Puma, das macht Nike, das macht die Allianz, das macht die Telekom, das macht VW, das macht jedes Großunternehmen, das im Fußball eine Chance sieht, die eigenen Produkte erfolgreicher zu verkaufen. Klar, das Problem der Fans ist natürlich oftmals, aber dass RB Leipzig ja nicht in der Kreisklasse anfangen musste, sondern in der Oberliga. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, aber auch das haben sie getan auf Basis von bestehenden Regeln. Absolut. Und darum, nochmal, ich finde ja diese Diskussion immer wahnsinnig erfrischend rund um RB. Ich habe eine sehr, sehr schlichte Ansicht, ganz grundsätzlich. Ich finde, jeder Euro, der in den Fußball fließt, ist erstmal ein guter Euro. Es kommt dann immer darauf an, wie gehen die handelnden Personen damit um. Ja, ein Traditionsverein spielt keinen Superfußball, weil er ein Traditionsverein ist, sondern er ist davon abhängig, wer sind die handelnden Personen. Ja, wer geht wie mit dem Kapital, mit der Mannschaft, mit den Fans um. Es geht um die handelnden Personen. Ein Wappen garantiert dir keine Erstklassigkeit. Und hier ist Red Bull sehr konsequent, indem sie sagen, wer ist die beste handelnde Person weltweit? Pep Guardiola wäre möglicherweise der Einzige auf einer vergleichbaren Stufe gewesen. Und um den haben sie sich bemüht und den haben sie gekriegt. Und ich glaube, wer jetzt nur draufhaut bei Klopp, hat gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, schade, dass mein Verein es nicht geschafft hat. Kann gut sein, absolut. Ich selber ja als Werder-Fan kann dir sagen, Tradition schießt keine Tore in den ganzen letzten Jahren. Das ist definitiv so. Du glaubst aber also auch, keiner, auch kein Marco Rose muss Angst haben, dass Klopp jetzt ein Schattentrainer ist. Das ist ausgeschlossen. Das ist total ausgeschlossen. Zum einen kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es Jürgen Klopp reizen würde, die Mannschaft in New York, in Salzburg, in Leipzig, in Japan und Brasilien, haben sie auch nochmal, die wirklich zu trainieren als Mannschaft. Liegt sowieso nicht. Keine dieser Mannschaften hat eine vergleichbare Strahlkraft zu den Stationen, die er bisher hatte. Und im Grunde ist das völlig klar, dass diese Schattentrainer-Diskussion nicht aufkommen wird. Wenn es zum Beispiel bei Leipzig nicht läuft, ist eine legitime Frage, wie sieht denn Klopp das jetzt? Und wenn in Leipzig das nächste Mal darüber entschieden wird, in einer schwierigen Situation, wie geht man mit Marco Rose um, wird sicherlich auch die Meinung von Jürgen Klopp gehört. Der ja mit Marco Rose bekanntlich ganz gut kann. Absolut. Sollte aber Leipzig auf Platz sieben stehen und aus allen Wettbewerben rausgeflogen sein, vermutlich braucht es dann auch nicht die Expertise von Jürgen Klopp, um zu einer Entscheidung zu kommen, Rose wäre dann nicht mehr der Richtige. Genauso wie im Falle einer deutschen Meisterschaft von Leipzig kein Jürgen Klopp gebraucht wird, um zu sagen, der Rose hat das ganz ordentlich gemacht. Ich denke, für jemanden wie Marco Rose steckt in dieser Personalie Klopp erstmal eine Chance. Denn er hat jetzt bei seinem Arbeitgeber jemanden im Kosmos, der das Geschäft kennt und der ja ein super Sparings-Partner ist. Also starke Leute umgeben sich mit starken Leuten. Und auch eine Vertrauensperson für ihn wahrscheinlich. Das kommt noch dazu. Und da diese Jobangst nicht da sein muss, nach dem Motto, na, schnappt er sich das jetzt hier? Glaube ich nicht, dass das irgendwas an der Arbeit von ihm ändern wird. Glaubst du, dass das so eine kleine Rolle gespielt hat? Diese Wurschul-Atmosphäre, wenn du guckst, wer so die Trainer sind bei den Red Bull-Vereinen, also Salzburg, Pep Leinders, der ehemaliger Co-Trainer, dann New York, Sandro Schwarz, auch ein alter Bekannter, Marco Rose in Leipzig, das ist ja für Klopp auch nicht so schlecht. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas für Klopp entscheidend ist, weil der weiß auch, darauf kannst du nicht eine Zusammenarbeit grundsätzlich planend aufbauen. Weil es endlich ist. Das kann sich auch wieder ändern. Sondern ich glaube, dass Jürgen Klopp besonders reizt, dass es hier Entwicklungspotenzial gibt bei allen Vereinen, bei denen Red Bull gerade aktiv ist. Und möglicherweise kommen jetzt ja auch noch weitere hinzu. Die Möglichkeit, gestalten zu können, ist für jemanden wie Jürgen Klopp das Allerwichtigste im Job. Das hatte er in Liverpool. Wir erinnern uns, als er dort 2015 eingestiegen ist, war das ja kein Verein, der gerade um den Titel mitgespielt hat. War fast eine vergleichbare Situation wie damals zum BVB, als er da angefangen hat. Absolut, absolut. Und dann hat er Vertrauen gespürt, hat Gestaltungsfreiheit gespürt und hatte gleichzeitig gute Leute um sich herum. Ja, der Erfolg in Dortmund wäre nicht möglich gewesen, ohne einen Aki Watzke als Geschäftsführer, der genau das in Klopp gesehen hat und ihm auch die Freiheit gegeben hat. Ich vermute, dass auch Oliver Minzlaff als mächtigster Red Bull-Manager für den Bereich Sport jetzt Klopp viele Freiheiten geben wird. Und froh ist, dass er da ist, um sich dort zu kümmern und ihm nicht erklären wird, was er zu tun oder zu lassen hat. Lass uns doch mal reinhören bei Jörg Weiler, der ja an Jürgen Klopp immer sehr dicht dran ist. Und was der zu sagen hat zu dem neuen Engagement von Jürgen Klopp. Ja, hallo, lieber André. Nee, also ich war wirklich total geflasht und geplättet, als ich heute auf mein Handy geguckt habe und dann bei uns diese Nachricht aufploppte. Jürgen Klopp fängt also bei Red Bull an. Ich war auch total überrascht. Aber wenn man die ganze Sache mal nüchtern betrachtet, dann ist es wirklich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Red Bull in Form von Oliver Minzlaff hat den größten Repräsentanten mit Jürgen Klopp bekommen, den man überhaupt in der Welt bekommen konnte. Das wird das Unternehmen natürlich noch mal, das Renommee des Unternehmens natürlich noch mal riesig nach vorne treiben. Und Jürgen Klopp, da möchten wir gar nicht wissen, was der an Kohle dafür bekommen wird. Also ich glaube, da wird uns richtig schwindelig werden. Aber ganz nebenbei, wenn man dann auch noch mal schaut, hat er ja sozusagen einen Traumjob. Er muss nicht mehr an der Seitendinie stehen, sondern er kann beratend tätig sein. Er wird mit seiner Expertise, da bin ich mir sicher, jungen Trainern helfen. Und er wird Talente ausbilden und gucken, wie er sie fördern kann. Also das ist schon eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Auch wenn ich sehr, sehr überrascht bin, dass Jürgen Klopp jetzt bei Red Bull gelandet ist. Bis die Tage. Die Frage, die ich mir da stelle, Matthias, ist, wie viel Geld kann denn jemanden überzeugen, der gar kein Geld mehr braucht? Also das kann ja nicht das Hauptargument gewesen sein. Garantiert nicht. Das war aber auch bei Liverpool nicht das Hauptargument. Und es war auch nie das Hauptargument, um bei Dortmund zu verlängern, dass die oder die Millionensumme da steht. Dass Jürgen Klopp seinen Marktwert kennt und entsprechend bezahlt werden möchte, finde ich völlig legitim. Ich schätze Jürgen Klopp so ein, dass das Geld schon stimmen muss, aber dass er nie einen Job machen würde, nur wegen des Geldes. Dafür ist er zu sehr in seiner Ausstrahlung, in seiner Stärke auch davon abhängig, dass er Spaß daran hat, was er macht. Dieser Jürgen Klopp-Effekt, den wir alle kennen. Dieses Lachen, dieses Spontane, dieses Mitreißende, dieses Menschenfängermäßige. Das kann man, glaube ich, nur ausstrahlen, wenn man bei sich ist und Spaß hat an dem, was man tut. Und gleichzeitig weiß ein Weltkonzern wie Red Bull, was für ein Gesicht sie sich da auch marketingmäßig an Land holen. Und dementsprechend wird das auch eine schöne Summe sein, die da den Besitzer wechselt. Genau diese Art von Jürgen Klopp ist ja auch eine, die wir uns, glaube ich, alle sehr gut als Bundestrainer irgendwann vorstellen können. Und da gibt es ja jetzt die große Diskussion, was ist denn, wenn der Julian Nagelsmann in zwei, drei, vier Jahren sagt, das ist es nicht mehr, oder der DFB sagt es möglicherweise. Ist ein Jürgen Klopp dann trotz Vertrag verfügbar? Na, erstmal tat es mir fast ein bisschen leid für Julian Nagelsmann, dass da jetzt so rund um diese Klopp-Personalie so viel mitschwangen. Ja, was bedeutet das jetzt für die Nationalmannschaft? Wir haben ja eine Europameisterschaft erlebt, die die Fans begeistert hat. Und auch ich persönlich wünsche mir nichts mehr, als dass Julian Nagelsmann eine großartige Weltmeisterschaft 2026 spielt, die dazu führt, dass überhaupt keiner nach Jürgen Klopp ruft. Ja. Sondern, dass Julian Nagelsmann den Job zum einen so gut macht, dass alle wollen, dass er bleibt. Und er selbst auch so viel Freude an dem Job hat, dass es da weitergeht. Wobei auch da ja absehbar ist, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal wieder einen Verein trainieren wird. Ja, aber der ist ja so jung. Der ist noch nicht bei 40. Der könnte jetzt zehn Jahre Bundestrainer sein und dann immer noch 15 Jahre als Verein arbeiten. Aber kann er das wirklich? Wir erinnern uns vielleicht an Jogi Löw. Kann der nochmal zurück und einen Verein trainieren? Ich weiß nicht. Kannst du nach 14 Jahren Bundestrainer wieder Vereinstrainer sein? Glaube ich total. Ja? Glaube ich total. Also man könnte sogar sagen, erst recht, weil dann hat man nochmal richtig Bock auf das Tägliche. Also da sehe ich so darum, aber wir wollten ja einmal den fiktiven Fall klären, der DFB sagt, möglicherweise weil Nagelsmann von sich aus sagt, ja komm, jetzt ist doch hier ein toller Klub, ich habe da wieder Spaß dran. Es gibt keine Ausstiegsklausel für Jürgen Klopp. Okay, also das ist so. Es gibt einen Fünfjahresvertrag. Ja. Und wie immer im Fußball ist es so, es müssen halt alle mitspielen, wenn eine neue Situation entsteht. Ja, also Karl-Heinz Rummenigge hat immer die schöne Formulierung, jeder Wechsel ist ein Drei-Parteien-Geschäft. Es gibt einen abgebenden Arbeitgeber, es gibt einen aufnehmenden Arbeitgeber und es gibt die Person, um die es geht. Und nur wenn alle drei sagen, wir sind dabei, dann klappt es. Das heißt, ja, es ist möglich, aber es gibt keine Zusage an Klopp, weder schriftlich noch mündlich, dass er, wenn der DFB klingelt, einmal kurz winkt und sagt, schönen Dank Red Bull, das war's. Aber ich halte Jürgen Klopp für einen super smarten Mann und ich glaube, dass der auch Bock hat, irgendwann mal Bundestrainer zu sein. Glaubst du nicht, dass er mit Oliver Minzlaff da vorher mal drüber geredet hat? Ich glaube, dass Oliver Minzlaff so einen Monsterdeal über fünf Jahre mit dem Gesicht Klopp niemals abschließen würde, wenn er jederzeit damit rechnen müsste, dass Klopp innerhalb der Strategie wieder als fester, großer Bestandteil herausbricht. Okay. Darum, wir haben, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, André, ich habe alles schon erlebt im Fußball, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Heute Morgen erst wieder. So, der geschätzte Christoph Daum hat damals freiwillig eine Haarprobe abgegeben. Wahnsinn, ja. Um zu dokumentieren, dass er nie mit Kokain in Kontakt genommen war und sagte dann hinterher, ja, war vielleicht nicht meine beste Idee. Schmunzelnd. Weil die eben positiv war. Und das kann man mit einer Leichtigkeit erzählen. Und Christoph Daum hat auch ganz, ganz viel Großartiges für den deutschen Fußball an anderer Stelle geleistet. So wie ich Jürgen Klopp bisher erlebt habe, ist der ja auch nie zu Dortmund gegangen und hat gesagt, so, und danach will ich zu Liverpool. Das stimmt. Und er ist nicht zu Liverpool gegangen und hat gesagt, jetzt wäre es super, wenn Red Bull anruft. Darum ist der jetzt auch bestimmt nicht zu Red Bull gegangen und hat gesagt, und danach werde ich Bayern-Trainer oder Bundestrainer oder übernehmen die USA. Also, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Jürgen Klopp-Aura. Die funktioniert nur, wenn du mit deinem ganzen Herzen das machst, was du gerade machst. Und nicht in sechs Szenarien denkst. Ja? Sondern da muss dann schon alles passen. Und vor allen Dingen muss in dem Fall, falls Jürgen, also möglicherweise macht dem das ja auch so viel Spaß, er hat ja noch nicht mehr angefangen. Ja, stimmt. Am 1. Januar geht es los. Und ich bin wirklich gespannt zu sehen, ob Red Bull nicht auch noch bei anderen Vereinen schaut, ob was geht. Also möglicherweise... Als Investment meinst du? Ja, klar. Also quasi expandieren. Expandieren, klar. So, ne? Also, und ich meine, wir kennen das alle. Wir sind immer so, bei den Kindern sagt man immer schon, wenn es irgendwie gerade so anstrengend ist, das ist nur eine Phase. Ja? Und Jürgen Klopp ist jetzt 57 und der hatte jetzt 24 Jahre, 23 Jahre Klubfußball. So. Jetzt kommt eine Phase, in der er gestaltet. Keiner von uns weiß, wie viel Spaß ihm das macht. Möglicherweise sagt er schon in einem halben Jahr, Alter, dass ich das nicht früher gemacht habe. Das ist ja viel geiler als Trainer sein. Ich kann auch, ich bin voll im Fußball. Flieg um die Welt. So, und treffe spannende Menschen. Ich kann gestalten, ich kann was nach Strategischer angehen und nicht nur, wie geht der Ball am Samstag rein, ja? Sondern das passt jetzt auch gerade viel mehr zu meiner Lebensphase. So, vielleicht stellt er auch nach ein paar Jahren fest, so, das war jetzt mal ganz spannend, aber ich will jetzt wieder vorm Flipchart stehen und den blauen Stein, hier, du musst da hoch, du musst da ran, ja? Keiner weiß es, Jürgen Klopp weiß es nicht. Ich würde aus heutiger Perspektive nicht annehmen, dass da jetzt nach der WM 2026 irgendwas gehen würde, aus verschiedenen gerade genannten Gründen. Der Kollege Henning Feind hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit Mario Gomez in München getroffen und da hatte ich das Gefühl, der Job, den der macht, der klingt relativ ähnlich zu dem, was Jürgen Klopp jetzt machen soll. Was ist eigentlich mit Mario Gomez? Mario Gomez wird auch bei Red Bull weiter seine Rolle spielen in diesem Fußballkosmos. Er hat logischerweise ja gar nicht diese Erfahrung als Entscheider und Gestalter wie Jürgen Klopp. Insofern ist das eine gute Ergänzung. Also ein Zusammenarbeiten. Die werden weiter zusammenarbeiten. Das ist eine gute Ergänzung und die beiden schätzen sich auch. Auch das ist bekannt. Und es ist wirklich was anderes. Ja, Jürgen Klopp, der jetzt gerade neun Jahre Liverpool trainiert hat, der hat einfach eine andere Perspektive auf den Job. So wie Mario Gomez, das hat er ja Jürgen Klopp voraus, die Perspektive eines Weltklasse-Stürmers. Ja. Und auch da wieder zu sehen, wie Red Bull schaut, dass sie unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Erfahrungen in diesen Verein einbinden. Da ist es, finde ich, so, dass Klopp und Gomez relativ wenig Schnittmengen haben, außer dass sie den Fußball lieben und unterschiedliche Perspektiven einbringen, die Red Bull bei der Verwirklichung der Ziele helfen kann. Und logischerweise, auch das, finde ich, muss man ja sagen, wenn man Jürgen Klopp holt, so ähnlich hat es ja Oliver Minzlaff kürzlich auch im Kicker formuliert, dann kann das Ziel jetzt nicht sein, auf Leipzig bezogen, wir verteidigen Platz 4 mit aller Kraft. Sondern da muss auch eine Entwicklung spürbar und sichtbar sein. Und da reden wir nicht über einen dritten Pokalsieg. Genau. Das, was Leverkusen letztes Jahr geschafft hat, hätte Leipzig genauso schaffen können. Die hatten die gleichen Voraussetzungen, die hatten die gleichen Möglichkeiten. An der Stelle sind sie von einer anderen Mannschaft, die auf Augenhöhe agiert, klar geschlagen worden. Also, dass Leverkusen die erste Mannschaft war, die die Bayern-Dominanz gebrochen hat und nicht Leipzig oder Dortmund, ist ein Zeichen von Schwäche bei den anderen beiden Vereinen. Das wird wehgetan haben, definitiv. Absolut. Und darum kann man sagen, ist die Personalie Klopp da eine sehr konsequente, weil da kommt erstmal mehr Qualität in die gesamte Bude. Oliver Minzlaff scheint ein sehr überzeugungsstarker Mann zu sein. Der hat Max Eberl damals überzeugen können, hat jetzt Jürgen Klopp überzeugen können. Der hat den ja, also müssen wir uns auch nichts vormachen, der hat den auch nicht gestern Nachmittag angerufen und gefragt, wollen wir das morgen vermelden? Das heißt, der wird schon ein bisschen gebaggert haben, ne? Ja, Oliver Minzlaff gilt in der Szene, um bei deinem Bild zu bleiben, als einer der Bagger-Weltmeister, der vor allen Dingen weiß, dass man eine große Personalie nicht Hals über Kopf einfliegen kann, sondern da muss man perspektivisch dran arbeiten, sollten immer wieder das Thema platzieren, das Interesse platzieren und so wie das bei Max Eberl gelungen ist, den er ja aus einer Auszeit zurückgeholt hat, wo es dann ehrlich gesagt auch genauso konsequent für uns alle überraschend frühzeitig wieder endete. Wir erinnern uns, er hat ihm damals fehlendes Commitment für Leipzig vorgeworfen. Also da ist auch ein Manager, der eine klare Vorstellung hat, sowohl bei Leuten, die er gerne gewinnen will, aber auch, was die Leute liefern müssen. Und da war die Konsequenz bei Eberl sehr, sehr schnell, klar und hart. Letztendlich eine, die, glaube ich, Max Eberl gar nicht so wehgetan hat, weil er ist jetzt Sportvorstand beim FC Bayern und vermutlich ist das aus Sportmanager-Perspektive der attraktivste Job, den man in Deutschland haben kann. Und persönlich natürlich auch, also da hat er ja nie einen Hehl draus gemacht, dass er gerne irgendwann mal für den FC Bayern arbeiten möchte. So ist es. Was ich mir momentan noch sehr schwer vorstellen kann, Matthias, ist, dass wir Jürgen Klopp auf der Tribüne in der Red Bull Arena in Leipzig neben Gommes und Minzloff sehen, wenn Leipzig gegen den BVB spielt zum Beispiel. Oder noch, also wird jetzt noch nicht passieren, aber die spielen jetzt in zwei Wochen gegen Liverpool zum Beispiel. Und Jürgen Klopp da irgendwie auf der Tribüne in Leipzig-Funktion, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ist ja auch nicht die Leipzig-Funktion, ist ja beratend für alle, aber trotzdem, hast du das Bild schon im Kopf? Das Bild habe ich auch noch nicht im Kopf, aber ich erinnere an, also ich finde das ja bei Spielerwechseln ist ja dieses Bild häufig noch viel dramatischer. BVB Schalke zum Beispiel. Ja, oder auch BVB Bayern. Also Mario Götze konnten und wollten sich die BVB-Fans auch nicht im Bayern-Trikot vorstellen, als der Wechsel bekannt wurde. So, drei Monate später war er bei Bayern und dann ist das auch schnell das neue Normal. Ja, das stimmt, ja. Und du hast aber recht, das ist so am Tag der Verkündung, wo das auch alles so abstrakt bleibt. Ja, und es bleibt ja auch erstmal abstrakt, denn die Zusammenarbeit beginnt erst am 1. Januar. Da ist das ein gewöhnungsbedürftiges Bild. So wie ich uns alle kenne, wird das dann aber sehr, sehr schnell das sein, wie es halt ist. Und es wird auch passieren. Also wir werden ihn da sehen, meinst du? Es würde mich jetzt überraschen, wenn er nicht bei Spielen der Vereine von Red Bull auch auf der Tribüne auftaucht. Er wird jetzt nicht bei jedem Leipzig-Spiel da sein, weil seine Aufgabe ja weit darüber hinaus geht, zu unterstützen, dass es Leipzig gut geht. Aber ich denke, dass wir ihn auf vielen Tribünen sehen werden. Aber spannend wird ja noch zu sehen, wenn er auf Tribünen ist, wo andere Vereine spielen. Weil man logischerweise dann gleich spekuliert, ob er da vielleicht einen Spieler oder einen Trainer im Blick hat, der bei einem der Red Bull-Vereine eine Rolle spielen könnte. Also das finde ich erstmal ganz positiv, weiß ich nicht. Aber ich freue mich darauf, dass wir Jürgen Klopp wieder häufiger sehen werden. Ja, weil Jürgen Klopp ist immer eine Show. So, egal, ob er beim Bundespräsidenten ist, um sich das Bundesverdienstkreuz abzuholen, ist das ein großer Auftritt. Bei den Paralympics war er, ja, wo Klopp ist, ist immer was los. Und dass der wieder dann in drei Monaten eine aktive Rolle im Fußballgeschäft spielt, finde ich, ist erstmal gut fürs Fußballgeschäft. Das Schöne an unserem Job ist ja auch, dass tatsächlich wir immer wieder überrascht werden. Es passiert immer wieder was Neues. Dinge, die nicht vorstellbar waren, sind auf einmal Realität. Pep Guardiola zu den Bayern. Als wir das im Dezember 2012 als Sportbildschlagzeile hatten, da haben uns Leser geschrieben und angerufen, habt ihr sie noch alle? Selbst Harry Kane war unvorschaubar. Das ist Pep Guardiola. Sadio Mané. Das waren ja alles so, auch diese Transfers. Da haben wir gedacht, das passiert ja nicht. Raoul auf Schalke. Ja, zum Beispiel. Otto Rehagel damals, als er zu Bayern ging. Das waren 14 Jahre bei Werder. Hat die Bayern 14 Jahre lang geärgert, bei jeder Gelegenheit. Und dann geht der zu Bayern. Es ging dann auch nicht gut. Aber die Vorstellung am Anfang ist schwierig. Das zeigt ja, wie wir alle den Fußball fühlen. Und wie Trikots und Wappen und Stadien mit den Menschen verschmelzen. Und gleichzeitig sind ja diese Wechsel dann auch das wahnsinnig Spannende am Fußball. Geht das gut? Damals die Paris-Nummer, wo Messi und Neymar zusammen aufgelaufen sind. Ging nicht gut. Ging nicht gut. Die Galaktischen bei Real Anfang der 2000er mit Zidane, mit Beckham, mit Raoul, mit Roberto Carlos. Ehrlich gesagt sind ja gerade diese Projekte, die finde ich, die einen besonderen Reiz ausstrahlen. Weil es auch Leute gibt, die aufs Scheitern hoffen. Und andere gibt, die darauf hoffen, dass es gut geht. Und es ist für mich einfach dieser ganze Deal, Red Bull Klopp macht den Fußball noch mal wieder attraktiver. Und ich finde, das ist immer gut für den Fußball. Kommen wir zum Schluss noch mal zu meiner Eingangsthese. Ich habe ja gesagt, ich glaube, Red Bull hat mehr davon als Jürgen Klopp. Glaubst du, auch Leipzig mit der Akzeptanz in Deutschland kann davon profitieren, von diesem Gesicht Klopp? Oder sind diejenigen, die sagen, boah, ich finde das Modell RB, finde ich scheiße. Die sind auch nicht davon abzubringen, auch nicht von Jürgen Klopp. Mein Eindruck ist, dass die Fronten in der RB-Leipzig-Debatte extrem verhärtet sind. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja, also in beide Richtungen. Und manchmal habe ich den Eindruck, von wem sprechen wir eigentlich, wenn wir sagen, die Fußballfans. Denn die gibt es nicht. Welche Generationen? Auch ich habe so in den letzten Jahren festgestellt, wie viele Kinder man auch in Deutschland sieht, die Trikots tragen von Manchester City oder Real oder Barca. Oder Paris. Gerade jetzt auch so Haarland. Das war vor 30 Jahren undenkbar. Und ob es nicht auch einen großen Teil gibt in Deutschland, der sich freut, dass Jürgen Klopp auch im deutschen Fußball wieder eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass man die, die an diesen beiden Fronten unterwegs sind, dass man die irgendwie bewegen kann. Die sind jetzt eher sauer auf Klopp. Aber du meinst, den neutralen Fußballfan, den könntest du schon begeistern. Spätestens dann in einem halben Jahr. Der interessiert sich auf jeden Fall dafür. Und der ist gespannt, wie das läuft. Dass jetzt wegen Klopp jemand zum RB Leipzig-Fan wird, das glaube ich auch nicht. Nee, genau. Mir geht es nicht darum, dass sie Fans werden, sondern eher um Akzeptanz. Dass, wenn selbst Jürgen Klopp sich davon überzeugen lässt, dass der eine oder andere sagt, ja Mensch, vielleicht ist das Modell gar nicht so schlecht. Mein Eindruck ist, dass man den deutschen Markt, jetzt stöhnen vielleicht wieder manche Fans auf, wie kann man da von Markt sprechen, aber dass die Sicht in Deutschland auf dieses Thema wirklich eine andere ist als in der ganzen anderen Fußballwelt. Ich vermute, dass in den USA rund um die Red Bull New York, dass in Brasilien um den Klub dort, in Japan, da kommen die Leute heute vor Lachen und Jubeln nicht in Schlaf, weil sie sagen, Jürgen Klopp spielt hier jetzt eine Rolle. Und ich will das gar nicht jetzt bewerten als besser oder schlechter. Ich will es nur beschreiben. Und dieses Mitfreuen fällt uns Deutschen grundsätzlich, glaube ich, schwerer. Wir sind eher so die, die erstmal so hingucken, wo ist der Haken, wie kann das sein? Und darum glaube ich, dass das, wenn wir auch über das sprechen, was für Jürgen Klopp sich dadurch verändert, die weltweite Wahrnehmung von Jürgen Klopp, die wird nochmal steigen. Du glaubst, er wird eine noch größere Marke, als er eh schon ist? Absolut. Es unterstreicht jetzt nochmal, dass Jürgen Klopp eben wirklich ein Welttyp ist er eh, aber auch eine Weltmarke ist, die an Popularität dadurch sicherlich nochmal gewinnen wird, speziell in den Ländern, wo er jetzt auch mit Verantwortung übernimmt, wo er präsenter sein wird. Und das wird spannend zu sein, zu beobachten. Matthias, ich danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und zum Schluss von Stammplatz wollen wir natürlich... Du lädst mich ja kaum noch ein hier, darum freue ich mich aber, wenn es ab und zu mal wieder klappt. Okay, Einladung steht jetzt regelmäßig für dich. Du darfst jederzeit ins Büro kommen und sagen, heute bin ich dran, das ist gar kein Problem. Deal. Aber wir wollen am Ende natürlich noch von den Stammis wissen, was denken die eigentlich? Also wir haben zehntausende Stammis, die sich jetzt zu Wort melden können. Guckt gerne bei uns in die Folgenbeschreibung rein, da findet ihr die Nummer vom Stammplatz-Handy. Schickt uns eine Sprachnachricht. Ich sage mal, maximal 30 Sekunden wären ganz gut, sonst müssen wir sehr viel anhören und sehr viel schneiden. Und dann kommt ihr mit in die nächste Folge rein. Und sagt uns mal, was haltet ihr denn von diesem Deal? Jürgen Klopp zu Red Bull, gute Sache oder nicht? Wir freuen uns sehr auf eure Meinung, denn ihr wisst ja, das macht Stammplatz aus. Und für heute machen wir den Deckel drauf. Also für jetzt, morgen gibt es eine neue Folge Stammplatz. Danke. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.